Musik Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Die Sims 4 Schwarze Witwe Challenge So Muss ich jetzt mal wach sein Der holt immer noch im Schlaf Mein Gott, der Typ geht mir so auf den Sender Such den mal aufzumundern, den Blödi Oh, du armes, armes Haschel Oh, keine Sorge, es wird alles wieder gut Oh ja, du bist so eine Weichflöte hier Ich verschöner deinen Tag Oh ja, oh, oh Er hat Ja, es tut mir leid, ich hab dich auch betrogen Der Typ nervt mich Oh, oh, Dolph ist vermute Der nervt mich, dieser wehleidige Affe die ganze Zeit Er ist bereits verheiratet Quanky Wo ist denn seine scheiß Ehefrau Du Das ist tatsächlich so Wenn der da verheiratet ist, kann ich den nicht verloben, Dingsen Was ist denn das für ein Schwachsinn Wo ist jetzt die olle Kitsune schon wieder hin Also was die die ganze Zeit saufen wie die Frau Das ist echt nicht mehr normal Du lässt jetzt mal die Finger von dem Zeug Madame Aha, meine Romantik reicht dafür nicht aus Oh, der ist rot bei ihr Deswegen Schwing mal dein Arsch hier jetzt Machst du das Mexiko-Outfit an, du Volldepp Jetzt bleib doch mal hier, du blöde Kuh Mann Ist die anstrengend, ey Die ganze Zeit ist sie am Weglaufen Ich hab jetzt keine Lust, ey Ich bin eine blöde Kuh Los Leute, ernsthaft Ich hab keinen Bock, dass ich mich da drei Stunden immer hinterher rennen Weil ihr dauernd irgendwie kacken müsst Fünf Stunden So oft kackt kein Mensch am Tag wie ihr Oh, myth Oh, quacks Fünf Quaziru Jongi Jarb Ah, ha, 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 ha Ah Mwah Samso Ah, Yumba Naya Buuya Zewang Slump Bikoya Ah, Rinuk Oh Lameda Grant Fuma Kimba Shima Oh, shit Oh Ow Ich bin halt gespannt, ob es an der Ehefrau jetzt hier ist Weil wenn die jetzt auch da ist und dann sagt Was ist denn hier kaputt? Wuhuhu Oh 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 Ah Aha Für einen Haraldsantrag reicht die Romantik nicht aus aber für ein Techtel-Mächtel schon. Was denn das für einer? Lieben tue ich dich nicht. So heiraten will ich dich auch nicht, aber poppen könnten wir schon mal eine Runde. Das ist kein Hema. Du weißt ja. Was quatscht denn da an dem Bett? Ist das Steph oder so? Ja, bla 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 bla. Gibt ja Anweisungen. Halleluja. Aha, jetzt haben wir zumindest den Punkt mit, dass wir schon verheiratet sind. Gut, dann holen wir jetzt die Ulle hierher. Schmusi, schmusi. Die blöde Henne schläft jetzt. Gut, wir müssen uns scheiden lassen. Gut, Memo. Keine verheirateten Männer. Ja, du bist ein ganz toller Hecht. So. Wie lange schläft denn diese blöde Klara? Boah, die Ulle. pennt immer noch. Ja. Armboyer. Aerebrock. Flemmen Shusha? Oh, Edissa. Oh. Limp them your nabby. Oh. Aber das war einfach so, ihr müsst euch das so vorstellen, bei Vin, äh, Vin Diesel, der hat einfach hier nur einen Gastauftritt gehabt und ist dann einfach wieder zurück nach Hollywood und deswegen hat er, äh, ist er einfach mal so, hui, verschwunden und hat nicht viel gesehen. Frut's. Frut's Zumba. Was macht ihr dann? Ich hab nicht Techtelmittel angeklickt, oder? Hab ich das? Ja, damn sorry. Das war eigentlich nicht so. Geplant. Boah, die Tussi geht mir auf den Zeiger. Wie lange pennt die denn? Das ist sie. Okay. Der ist in irgendeiner Gruppe. Ja, Himmel, Herrgott. Wie lange pennt die Frau? Das ist ein Bitz. So. Du. So, erstmal hier freundlich begrüßen. Hi, willkommen. Übrigens, ich wohne jetzt hier. Ja, noch etwas. Ich will die Scheidung. Geht jetzt erstmal raus mit dir. Ich hab was, muss ich dir sagen. Ich will die Scheidung. Was? Bist du gescheuert? Wir haben zwei Kinder miteinander, du Penner. Ja, tut mir leid. Ich hab ne neue, die ist jünger als du. Du blöder Penner. Oh, geschieden. Oh. Verzieh dich mal, Drula. Aber, aber ich glaub, du hast mich doch gerade eingeladen. Ja, und jetzt hab ich es mir anders überlegt. Tschüss. Okay, du blöder Affe. Ich geh jetzt in meinen Kästen holen, du Penner. Wir schicken dich allein los ins Krankenhaus. Oh. Grano Sparef. Gumu. Ich krieg' ein Kind und lauf dann mal allein ins Krankenhaus. Der andere ist jetzt Deeply, weil er geschieden ist. Ja, mein Gott. Das hättest du davor überlegen müssen. Typ. Es ist ein Junge. Oh nein. Und der ist jetzt mal Trebi-Yokai. Jetzt ist sie müde. Oh, der andere ist Deeply. Oh. 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 Oh, der andere ist nicht so bekannt, das von hier. Äh, der andere ist nicht so bekannt, das von hier. Ah, doch. Okay. Okay. Oh, mit dem Heini. Ja, okay. Geh' mal auf ne Farbredung mit diesem Fuzzi. Mit dem Rechnungs-Joe. Vielleicht fährt er dann die Rechnungen weniger. Hahaha. Was passiert eigentlich, wenn man den Rechnungsausträger umbringt? Und der dann Nachfolger? Hm. Wann wird es herausfinden? Vielleicht. Hi. Du bist so sexy. Ich mach dir jetzt ein von Herzen kommendes Kompliment. Oh, du bist so ein heißer Herr-Ni-Hani-Huni-Huni-Hani-Hani-Chakaboom. Oh ja, ich weiß. Hahaha. Das sind tolle weiße Zähne. Machen wir mal einen Polizisten. Und dann kam der Polizist zum Aktenschrank und sagte, uh, ich hab' einen Stabsager gekauft, weil ich so super bin. Hahaha. Und dann war ich beim McMöp zu essen. Da, das ist einer der neuen Heinis. Oh. 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 Oh, jetzt komm schon, Kitsune. Stell dich nicht immer so an, Frau. Oh. 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 Biblidi-bubblidi-bubbl. Oh ja, strahlende Zähne. Hast du die im Schlag gefunden? Oder angemalt? Nö, ich war im Theater und so. Aber Sprechblasen, der gibt mir überhaupt keinen zu neugier. Oh. Wie einem? Was? Und ich habe noch einen Schick? Ah, neulitz. Ah, Bebs und Nikoi. Hör. Hä. Ouh. Ouh. Wicksan. Gribble für Bain. Trogba. Ah. Ouh. Tarenga. Fuma. Du hast das große Leben mit dem Heini. Puh, der hat fast keine Harte am Kopf. Dann können wir vielleicht noch ein Toupet verpassen. Ich mache jetzt übrigens 10 Screenshots mehr, weil ich habe so ein Thumbnail jetzt anders gelöst. Du wüsstest, dass du das neue Mutter bist. Ich bin so gemein. Ich habe einen Typen, der eigentlich happy war, dazu gebracht, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Nicht nett. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Halleluja. Halt mal an hier. Brayden Reese. Naja, mal gucken. Ui, das ist ein Spanner. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Dann sucht er hier ein Zimmer an, um ein Bett. Ich glaube, ich gehe wohl mit meinem Bett. Okay, der Typ ist jetzt ein bisschen horny geworden. Wollen wir denn nicht zusammen ein bisschen, ne? Du weißt schon, ui 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 machen. Baby, nein, 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 wir werden jetzt keine Babys machen. Die holt da, während wir da drinnen rumpoppen. Was für eine Frechheit, ich hab ja, der Typ hat mich bedroht, ich wollte hier weinen und jetzt poppen die da voll. Oh, nee, das geht ja mal gar nicht klar. Sauerei! Haha, so, so! So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Was ist der denn? Wieso ruft mich ein Geist an, abgesehen davon? Hm, kann ich den eigentlich mit zu meinem Grundstück mitnehmen? Ne, eigentlich schon, oder? Hör doch mal auf mit deiner Quaselei und mach, was ich dir sage, Frau. Okay. Okay. Die ist aber auch so stur wie ein Esel. Ich sehe jetzt besser, wenn ich den Typen erstmal highlighte, den Heususen-Typen, den so begeistert, so musste ich ihn erst wieder hochpushen. In love. Oh, die Tochter ist da. So, wo ist jetzt der Heususen-Heini? Mein Gott, ist das eine weiche Flöte. Also der Typ, geht mir nicht damit ans Sack. Es liebt mich so ein Gerech. Zub 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 zub. Komm nach da, Woll-Sauze. Meine Güte. Guck mal her, ich bin nicht auf andere Gedanken. Ich bin auf, auf. Bewegenscheidung. Fragisch und so. Komm mit, hui. Ein bisschen Sauna. Wieso sieht man das so schlecht in der Sauna? Siehst du, und schon bist du nicht mehr traurig. Und jetzt noch ein Whirlpool. Moment. Ach, Blake, go. Wer, was war das denn? Könnt ihr mal aufhören hier? Oh, 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 ah. Der da reingeschissen, oder was ist da los? Wer, 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 warum ist das hier so? Ew. Das ist eklig. Die beiden, kaum sind die mal irgendwo unterwegs, machen sie alles dreckig. Übrigens, die Zune hat so ein Arschgewei-Dings-Dings-Dings. Das soll so ein Symbol sein. Das war ja normalerweise die Kussschwänze. Ja, so nach dem Motto. Nine-Tail oder whatever. Ne? Wird es doch nicht wundern, diejenigen, die es vielleicht schon mal bemerkt haben. Das ist ein bisschen dezent. Ich habe auch noch einen Berufton gehalten. Da sieht man es recht gut. Seht ihr das? Das ist das Nine-Tail-Zeichen. Auf jeden Fall. Sie versucht es aber mal ganz gut zu verstecken, dass man sie nicht sofort erkennt. Aber sind verlobt. Was guckt sie denn schon wieder so dumm? Ihr heiratet jetzt mal sofort. Und dann machen wir mal folgendes. Ein Schlankkind. Das Besenkammerkind mit Bierhören. Auch wenn ich die Zune dann wieder wahnsinnig mache mit ihrem... Hier. Los. Nichts schlafen. Los. Los, komm mal mit hier. Tschakka-Bum-Bum. Haben die bleiben Deppen jetzt eigentlich gehandeltet oder nicht? Ehe, Gatte. Perfekt. Meine Türen waren jetzt voll. Oh, oh. Nein. Nein! Und füttert das Kind. Oh, wem wir weg. Du machst so nein. Ja, poppt mal ein bisschen schneller, sonst wird uns das Kind weggenommen. Aha. Hallo. Was hat die denn jetzt für ein Problem? Jetzt hängt sie wieder fest. Ja, ich hab dich ja schon fünfmal aufs Klo geschickt. Das soll ich denn machen? Weil du blöd bist. Ach, die Frau. Oh. Yay. Wesen kamer Kind. Nein! Ach so. Oh, ich bin schwanger. Große Neuigkeiten mitteilen. Ah, die hat ihm jetzt zu sich gepurzelt. Oder war er das? Oh, was? Wasser. Ah ja. Er denkt sich, ich hab mir schon fünf Kinder. Ah. Let's walk myself. So. Oh mein Gott. So, ich werde das ein bisschen vorspulen lassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde in der Zwischenzeit auch mal das Baby altern lassen. Ich glaube, das mache ich jetzt sofort. Ja. Weil das ist immer ein bisschen ätzend. Mit Baby und bla 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 und klein sein. So. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.